Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Diesen Satz hat Coco Chanel gesprochen und sie hat so recht damit. Mein Name ist Carmen Maria Poller und ich bin Coach und Trainerin. Ich begleite Menschen dabei, ihren Selbstwert zu erkennen und den Mut zu haben, das Leben zu führen, was sie auch wirklich wollen, was ihnen wirklich gut tut. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich gut in Ihrem Job, in Ihrer Beziehung, in Ihrer Haut, in Ihrem Leben? Um Ihnen die Antwort auf diese Fragen zu erleichtern, habe ich dieses Buch geschrieben. Denn wer sich gut fühlt, der sieht auch gut aus. Blättern Sie doch einfach mal rein.